Ich bin der Felix Benner aus der U15 und ich bin der Philipp Tafadi aus der U15. Heute kommt die zweite Folge von Lippenlesen in Fußballedition. Wir kommen zum ersten Wort. Motivator. Was? Motivator. Mo? Ja, ti. Mo-to? Mo-ti-va-tor. Mo-ti. Ja, war. Mo-ti-vo? Motivator. Mo-ti-va-tor. Tor. Motivator. Motivator. Perfekt. Zweites Wort. Schreihals. Schreihals. Ich habe keine Ahnung. Schreihals. Komm. Schra? Ja. Schrein. Schrein. Hals. Schrein. Schrein. Schreihals. Schrei. Aha. Schreihals. 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 Perfekt. Letztes Wort. Letzter Satz. Benner. 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 Becker. Benner. 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 Ist. Die ist. Die. Das. Die. Die. Eins. Eis. Eins. Eis. Eins. 1. 1. 1, ja. 1. Benner ist die 1. Perfekt, alles durch. Okay, kommen wir zum ersten Wort. Der Brecher. Was? Der. Das. Der. Der. Der, genau. Brecher, Brecher, Brecher. Baum. Der Baum. Nein. Der Brecher. Der Bre. Brecher, Brecher. Ja, der Brecher. Sehr gut, Philipp. Kommen wir zum zweiten Wort. Führungs... Was? Führungs... Für uns. Nein. Nein. Führungsspieler. Spannung. Führungsspieler. Führungsspieler. Ja! Sehr gut. Okay, kommen wir zum dritten und zum letzten Wort. Julius. 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 Juni. Julius. Juli. Julius. Was? Julius. Julius. Efe. Julius. Efe. 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 Ja, das war's. Ballbesitz. Ball. Brötchen. Ball. Blank. Ball. 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 Bälle. Ein Ball. Ah, Ball. Besitz. Besitzer. Ball. Be. Be. Sitz. Sitz. Ballbesitz. Das nächste Wort Kreativität. Kreativität. Krank. Kreativität. K... 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 A... Wie... Kreativität. 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 Ja. Das letzte Wort. Iniesta. In... In... Innen. Iniesta Inni Iniesta Iniesta Und? Iniesta Unter anderem was? Und Iniesta und Schavi Schaf Schavi Schärfe Iniesta und Iniesta und Schavi Ja Christiano 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 Kirsche Christiano Christiano Christentum Christiano Christiano Ronaldo Ronaldo Ja Okay, zweites Wort Aufstiegsspiel Auf Aufstiegs Auf Stiegs Aufsteigen Aufstiegs Aufsteigsspiel Aufsteigender Ast Nein Aufstiegsspiel Aufstiegsspiel Spieler Spiel Spielen Aufstiegsspiel Genau Okay Kommen wir zum dritten und letzten Wort Dänen Dänen Dänemark Stretching In Deutsch Deutschland Nein, Dänen Dänemark Dänen Dänen Stretching Dänen 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 Mobilität Nein, Dänen 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 Genau Dänen 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 Dänen